Leute, Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Ich bitte euch, bevor ihr dieses Video seht, bitte ich euch noch darum, das gestrige Video von mir zu sehen. Beziehungsweise heute Nacht um eins habe ich es hochgeladen. Es geht nochmal um das Thema iBlali. Ich weiß, vielen hängt das schon zum Hals raus, aber ich musste einfach nochmal den von Ihnen unter mein altes Video geschriebenen Texten, muss ich nochmal auseinandernehmen, weil der einfach so viel Scheiß erzählt hat. Ist auch egal, ich möchte mich jetzt nicht weiter damit beschäftigen. Heute geht es darum, dass Amazon mich verarscht hat. Und zwar wissen ja viele von euch, dass ich ihr sehr gerne bei Amazon Prime Now bestelle. Für Leute, die nicht wissen, was Amazon Prime Now ist, das ist diese Funktion von Amazon. Also dafür muss man erstmal Prime besitzen, die Scheiße, die man 50 Euro im Jahr bezahlt oder 10 Euro im Monat. Ich mache irgendwie 10 Euro im Monat, warum auch immer, obwohl ich es intensiv nutze. Naja, erstmal gucken, wo ich genau hinziehe und dann mache ich vielleicht dieses Jahres Abo. Jedenfalls ist das in Berlin und München verfügbar, bla bla bla. Man bestellt in der Seite, man hat eine begrenzte Auswahl an Artikeln, die man bestellen kann und die werden innerhalb von 2 Stunden geliefert. Mancherorts, wenn es noch näher ist an diesem Lager, sogar innerhalb einer Stunde. Ich habe leider 2 Stunden, ist auch geil, da hole ich mir immer mein Essen, bla bla bla. Manchmal hole ich mir hier technische Geräte, wie zum Beispiel das hier, habe ich mir auch geholt, diesen Ventilator, das ist wunderschön. Einfach nur als Beispiel, damit ihr wisst, was für Sachen ich mir geholt habe. So, gestern wollte ich mir eine Bose-Soundanlage holen. Also nichts krasses, nur so zwei Boxen, damit ich so in meinen Instagram-Livestreams im Hintergrund dann auch schöne Musik haben kann, weil die Musik, die aus den Lautsprechern von meinem Bildschirm kommt, die ist dann halt doch nicht so bewegend, dass ich das jetzt gerne weiter nehmen würde, dass ich weiter die Qualität nehmen würde für meine Livestreams. So, dann zeige ich euch hier nämlich mal ein Bild. Das hier ist so ein kleiner Bestellverlauf von mir, von dem, was ich gestern bestellt habe. Also, ehrlich gesagt, der Rest hier, das ist alles uninteressant, aber damit ihr seht, dass ich hier halt bestellt habe, was ich halt meine. So, ihr seht das hier, diese Bose Companion 2 Series 3 Multimedia, bla bla bla, Boxen wollte ich mir bestellen. Hier seht ihr das, das sind, für 79 Euro sind das halt so normalen Boxen und ich wollte mir die einfach mal gönnen und ihr seht das halt, das ist, warte mal, ich mache das Bild hier wieder aus, das war halt das, was ich mir bestellt habe und ich habe mich auch nach anderthalb Stunden darauf gefreut, dass endlich der Fahrer angekommen ist. Ich hatte auch sonst noch keine großen Probleme mit Amazon Prime Now gehabt, muss ich dazu sagen. Außer, ich bestelle halt immer relativ viel. So, ich bestelle einmal in der Woche, dass, einmal, na nicht einmal in der Woche, unregelmäßig. Wenn ich einmal bestelle, dann bestelle ich immer so viel, dass es dann auch für eine längere Zeit hält, dann bestelle ich halt so für, was weiß ich, 50, 60, 70 Euro, je nachdem, ob halt noch irgendein technisches Gerät dazu kommt oder nicht. Und dann kann es schnell mal dazu kommen, dass mit dem Essen so 40, 50 Produkte zustande kommen, dass der Typ dann hier mit 5, 6 Pakete hoch muss und Kästen oder sowas. Keine Sorge, wenn ich eine Großbestellung mache, dann bekommt der Lieferant bei mir 5 bis 10 Euro. Also 5 mindestens, weil die werden da sowas von ausgenutzt, diese Lieferanten. Die fahren dann hier immer mit ihren gemieteten Wagen vor und müssen die größte Scheiße hochtragen. Ich habe mich mal mit so einem Typen unterhalten. Teilweise müssen die da 10 Kästen hochschleppen in den 5. Stock und bekommen gar nichts. So, das ist scheiße. Und deswegen will ich ihnen einfach nur so ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Und gestern war auch einfach einer gewesen, der hat so alles hochgeschleppt, so hat mir dann alles gegeben. Und ich gebe ihnen dann so 5 Euro und er guckt mich so an, ehrlich? Und ich sage so, ja, und dann so, vielen Dank, vielen Dank. Und das war einfach so ein wunderbares Gefühl gewesen, dass endlich mal jemand gekommen ist und sich bedankt hat. Ich hatte auch einfach schon Leute gehabt, für die es scheinbar selbstverständlich war, dass sie einfach für das, dass sie mir hier das in den dritten Stock bringen, oder vierten Stock, ich weiß, nee, dritter, ist eigentlich dritter so gesehen, hier hochbringen, dass es für die selbstverständlich ist, dass sie für so eine kleine minimale, an sich minimale, also für die 5 Euro sowas, jeder würde für 5 Euro die paar Sachen da hochtragen. So, für den scheint das dann völlig normal gewesen zu sein, für viele Leute schon, die sagen denn nichts. So, manchen nimmt es einfach so, als ob es selbstverständlich wäre. Und dann denke ich mir halt, hm, wie soll ich in Zukunft damit umgehen? Wisst ihr, was ich meine? Und dann bin ich mir halt immer unschlüssig und das regt mich halt auch ein bisschen auf. Ein bisschen Dankbarkeit kann man zeigen, genau wie bei Taxifahrern. So, das einmal habe ich 15 Euro Trinkgeld gegeben, halt 20% über diese MyTaxi-App und der Typ hatte nur so, hm, Dankeschön. So, so ganz komisch gesagt, so als ob 15 Euro ein völlig normaler Betrag wäre, den ich ihnen einfach schenke. So, das ist, na, ist ja auch egal. Kommen wir jetzt einfach zu dem Produkt. Ihr habt das gerade gesehen. Es war eine Bose Soundbox, Soundboxen für den Computer gewesen, den ich mir bestellen wollte. Ich habe übrigens, bei der Lieferung habe ich nicht gesehen, was das ist. Ich habe es einfach in die Hand genommen, habe ihnen das Geld gegeben und habe zugemacht. Dann habe ich erstmal meine Beute in die Küche gebracht, um alles schnell in den Kühlschrank zu bringen. Dann komme ich zurück, wollte mir schön meine Boxen anschließen. Und dann sehe ich, warte mal, wir zeigen was am besten. Und dann sehe ich das. Ja? Es ist keine Verarsche. Das. Ich dachte mir, okay, das macht mir jetzt schon ein wenig Angst. Ich kenne das auch noch aus der Vergangenheit von anderen Menschen, die schon ähnliche Probleme hatten. Also schon mal, die auch schon gesagt haben, dass sie Falsches bekommen haben bei Bestellung. Und ich dachte mir so, okay, ist das eigentlich Neuware? Vielleicht ist einfach nur der Karton ein anderer? Weil hier auch, weil hier waren auch schon viele Beschädigungen dran gewesen an dem Karton, wo ich einfach dachte, okay, haben sie die Boxen vielleicht einfach umgepackt, weil der, weil der Karton vielleicht beschädigt war. So in dem kurzen Moment denkt man gar nicht an nichts weiter. Dann mache ich diese Verpackung, dann mache ich diese, hallo. Dann mache ich diese Verpackung auf. Hoffe einfach, dass es hier drin ist, weil das Gewicht, das Gewicht hat tatsächlich gepasst. Ich gucke rein. Gebrauchsanweisung. Ist hier so ein scheiß Küchengerät drin. Und ich dachte, ihr wolltet mich verarschen? Ist das euer scheiß Ernst? Was ist das hier? Tasty Moments? Sind hier erstmal Salate? Sind hier erstmal so eine Scheiße drauf? Salate, Gemüse und sowas? Und ich denke mir doch, das kann eigentlich nur ein Hater gewesen sein. Ich meine mal, eine böse Soundbox und das hier, das wird doch sowas von weit auseinandergelegen haben. Küchengeräte und eine böse Soundbox für Computer. Also wer will mir denn so einen fatalen Fehler hier erklären? Ich meine mal, ich weiß, dass die Leute da unter Stress sind, aber ich kann mir einfach ganz ehrlich nur vorstellen, weil ich habe mir meinen kompletten Namen angegeben bei der Bestellung und auch meine Adresse. Und einige kennen meine Adresse auch und meinen Namen. Einige kennen nur meinen Namen und haben mich daraufhin tatsächlich hier vor der Tür schon angesprochen. Ah, also bist du es ja wirklich. Wenn ich bei Corle Pizza bestelle, da sind ja ständig irgendwelche Aushilfsjobber dabei und es ist tatsächlich schon öfter vorgekommen, dass hier vor der Tür mich welche erkannt haben. Und dann, ich fühle mich einfach verarscht. Das ist ein zu fataler Fehler, als dass ich glauben könnte, dass das ein Missverständnis war. Ich gehe davon aus, dass da jemand grob fahrlässig gehandelt hat und mir das hier zuschicken wollte. Was ich sagen muss, ich habe das Ding hier gegoogelt und das scheint denselben Preis zu haben wie meine Boxen. Nun habe ich den Kundensupport angeschrieben und die haben mir auch, alter, Drops an euch Kundensupport. Der Kundensupport, ich habe um 22 Uhr, ne, um 22.10 Uhr habe ich den Support angeschrieben. Sie haben mir um 22.20 Uhr geantwortet mit einer recht höflichen Nachricht. Sie haben mir 5 Euro gutgeschrieben und einen frankierten Rückgabeschein, den man sich ausdrucken soll, bla bla bla. Ähm, ja, finde ich jetzt scheiße, zumal die Autos ja auch direkt hier vor, äh, direkt vor meiner Haustür fahren. Und ich denke mir nicht, wieso kann man denn das nicht in das System integrieren, dass der Fahrer, wenn ich das nächste Mal bestelle, und die wissen, dass ich immer bestelle, ich bestelle vielleicht 1, 2, 3 Mal, na ne, ich sage mal 2 Mal die Woche. Kann, kann sein. Kommt immer drauf an, ob es irgendwas Kleines gibt. Amazon Prime Now hat ja viel in seinem Lager und wenn ich irgendwas Kleines haben will und die das zufällig da haben, dann bestelle ich es halt. So, aber ich meinte, so ein Großeinkauf, das kommt einmal die Woche oder 1, 2, 3 Mal im Monat, so, sagen wir es so. Und, ähm, da verstehe ich denn nicht, wieso die das nicht einfach zurücknehmen können, so, und mir die Bose-Box geben können. Nehmen sie es einfach zurück, die müssen auch sowieso ins Lager zurückfahren, um neue Bestellungen entgegenzunehmen. Das verstehe ich nicht, Amazon Prime Now, und diesbezüglich bin ich auch sehr enttäuscht. Und ich glaube, ich habe vorhin auch nicht ganz zu Ende geredet, und zwar hatte ich ja schon 1, 2 Mal Komplikationen gehabt, da bin ich auch gerade, äh, bin ich voll abgekommen von. Und zwar, wenn ich so 40, 50 Produkte kaufe, dann kommt es durchaus öfter mal vor, dass einzelne Produkte im Wert von 1, 2 Euro insgesamt so 4, 5 Euro einfach fehlen. So, ich bin ganz ehrlich, da bin ich dann aber auch schon so nett und denke mir, ja, okay, die stehen alle unter riesigen Stress, das, äh, werde ich jetzt, ne, das werde ich jetzt einfach unkommentiert lassen, sonst ist ja nie was aufgefallen. Aber jetzt muss ich das einfach mal erwähnen, weil das hier ist ein zu großer und fataler Fehler, der höchstwahrscheinlich nicht auf ein Missgeschick basiert, sondern auf Absicht. Weil mich irgendwer provozieren will, ich bin mir nicht sicher, ich werde da auf jeden Fall nachhaken, um, ich lasse mir das einfach nicht gefallen. Also, dass das wäre, wäre, wenn es jetzt so wäre, ich weiß es nicht, das, das wirkt einfach zu, das wirkt einfach zu feindselig, als dass das echt sein könnte, als dass das, als dass das ein Missgeschick sein könnte. Wenn ich das, ähm, keine Ahnung, wenn ich es rausfinde, dann werde ich den Typen, was weiß ich, dann sollen die den abmahnen oder was weiß ich, da sitzen eh immer irgendwelche Aushilfsdorfer vor. Das ist hier so, auch hier bei Amazon Prime Now habe ich nie denselben gesehen und ich habe bestimmt 20 Mal bestellt. Da sind immer andere Leute in so Mietwagen. Ist auch egal, ein, zwei Produkte haben gefehlt, fand ich nicht so schlimm, aber jetzt muss ich das einfach mal loswerden. Also, danke, dass ihr mir zugehört habt, ich habe jetzt hier neun Minuten durchgeredet und jetzt werde ich euch auch erstmal eine kleine Pause gönnen. Ich werde jetzt mein Fahrrad nochmal komplett aufpumpen und werde dann damit zum Fahrradladen fahren und mir neue Pedalen holen, die etwas breiter sind, weil die anderen, da sind so Standardpedalen dran und die haben so eine Zacken und die machen einfach meine Schuhe kaputt und das sehe ich nicht ein. Das sieht leicht bewölkt aus, das ist typisch, das ist typisch. Jetzt gehe ich duschen, mache mich hier fertig, mache kurz mein Video fertig und jetzt fängt es an bewölkt zu werden. Ist auch egal, das Video steht kurz vor den 10 Minuten, ich möchte euch nicht weiter voll labern. Doppelpiece, euer Tanzverbot und bis zum nächsten Mal. Ciao.